Als Berolinismus oder Berlinismus wird ein nur in der Berliner Umgangssprache üblicher Ausdruck bezeichnet. Dazu gehören unter anderem Spitznamen für bestimmte Gebäude und Bezeichnungen für Berlin-typische Gewohnheiten. Spitznamen Viele Berliner Spitznamen sind weit über die Grenzen Berlins bekannt und der Berliner Volksmund ist mit diesen Spitznamen durchsetzt. Wobei es bei einer Reihe von Begriffen für Gebäudediskussionen darüber gibt, ob sie tatsächlich zur Berliner Umgangssprache gehören oder doch eher von verschiedenen Touristenführern dem Berliner Volksmund untergeschoben werden. Wie bei allen Spitznamen handelt es sich meist um Spottnamen, die einen kurzen Ersatznamen für den realen Namen geben, der sich aus den Charakteristika der Sache oder der Person ergeben. Die Alltagssprache des Berlinischen soll eine vergleichsweise ruppige Art besitzen und gehe ziemlich frei mit Spottnamen um. Dies wird auch von Touristenführern und Reiseliteratur gern kolportiert, tatsächlich ist das aber wohl eine Legende. Im Alltag werden der Fernsehturm und der Funkturm gerade so, nämlich in der offiziellen Form genannt. Die alternativen Namen werden zumeist ironisch gebraucht, um journalistische Volksnähe zu zeigen oder um Touristen mit dem Witz der Berliner zu beeindrucken. Ein Gegenbeispiel ist der Bierbinsel, der eher selten mit der öffentlichen Bezeichnung Turm-Restaurant-Steglitz oder Turm-Restaurant an der Schlossstraße benannt wird. Viele Spitzebezeichnungen sind stark zeitbezogen. Da jedoch echte und angebliche Spitznamen vor allem von den Medien zur Herstellung eines Berliner Lokalkolorits verbreitet werden, kann zumindest zeitweise so manche sehr eigenartige Bezeichnung auch ohne weiteren Satzbezug von den Berlinern verstanden werden. Die funktionellen Namen überwiegen jedoch im allgemeinen Sprachgebrauch. Gebäude und Denkmäler beamten Laufbahn, die obere Brücke des Marie-Elisabeth-Lüders-Stegs über die Spree im Berliner Regierungsviertel, die auf Höhe der sechsten Etage verläuft und nur für Mitarbeiter und Abgeordnete des Bundestags zugänglich ist. Bierbinsel, der Ausdruck wurde später zum offiziellen Namen für das Turm-Restaurant an der Schlossstraße. Bikini-Hausgebäude am Bahnhof Zoo. Oben was unten, was in der Mitte nichts. Bonnys Ranch Karl-Bernhöfer-Nervenklinik in Wittenau. Café Achteck, die einst für Berlin typischen achteckigen Pissoirs aus der Grün derzeit. Café Schönstädt, das Amtsgericht Neukölln in der Schönstädtstraße, der Seitenflügel diente jahrzehntelang als Jugendgefängnis. Castingallee, die Kastanienallee in den Bezirken Mitte und Prenzlauer Berg in Anspielung auf das dort angeblich verbreitete Schaulaufen und Präsentieren in Straßencafés. Eastside Gallery, der Name wurde zur offiziellen Bezeichnung des bebilderten Reststücks der Hinterlandmauer entlang der Strahlauer Allee zwischen Ostbahnhof und Warschauer Straße, Ecke Schönhauser, die Kreuzung der Kastanien, Schönhauser Allee und Eberswalder Straße. Mit Konopkes im Biss und dem U-Bahnhof auf dem Magistratsschirm. Erichs Lampenladen, Spottname für den Palast der Republik in Anspielung auf Erich Honecker und die Foyer-Beleuchtung mit zahlreichen Kugelleuchten, Goldelse, die vergoldete Viktoria auf der Spitze der Berliner Siegessäule. Gürtel, Tier, das Ludwig-Erhard-Haus, Sitz der IHK Berlin. Holerzahn, verbreiteter Name für Turmruinen, hier der Ruine der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche am Breitscheidplatz. Hungerhake oder Hungerkalle, das Luftbrückendenkmal auf dem Platz der Luftbrücke vor dem ehemaligen Flughafen Tempelhof. Kanzler-U-Bahn, U-Bahn-Linie 55, die unter dem Regierungsviertel zwischen Brandenburger Tor und Hauptbahnhof verläuft. Ebenso die im Bau befindliche Verlängerung der Linie U5 zum Alexanderplatz. Kommode, die im Barockstil mit geschwungener Fassade gestaltete frühere königliche Bibliothek am Bebelplatz, heute Sitz der Juristischen Fakultät, der Humboldt-Universität, Raumschiff-Enterpreis oder Panzerkreuzer-Protz-G, das internationale Kongresszentrum. Langer-Lulatsch ist der in den 1920er Jahren gebaute Berliner Funkturm auf dem Messegelände, der an einen langen schlachsigen Kerl erinnert. Lippenstift und Puderdose, Glockenturm und Kirchengebäude der neuen Gedächtniskirche auf dem Breitscheidplatz. Magistratsschirm, die Hochbahnabschnitte der U-Bahn-Linie 2 im Bereich der Schönhauser Allee, unter denen man bei Regen promenieren kann. Die Hochbahnabschnitte in anderen Ortsteilen tragen diese Bezeichnung nicht. Merkwürdiges Viertel, scherzhafte Bezeichnung für das Märkische Viertel, eine Hochhaussiedlung im Bezirk Reinickendorf. Millionenbrücke, Bezeichnung für die 1905 fertiggestelltes Wienemünder Brücke, deren Bau rund eine Million Goldmark kostete. Mont Klamot, der großen Bunkerberg im Volkspark Friedrichshain, der aus den Kriegsklamotten um den gesprengten Flakbunker herum aufgeschichtet wurde. Der Spitzname wird auch für den Trümmerberg in Sulana in Schöneberg benutzt. Nuttenbrusche, der Brunnen der Völkerfreundschaft auf dem Alexanderplatz. Palazzo Prozzo, der ehemalige Palast der Republik. Palasz Säum, früher auch Sozialpalast. Markanter Wohnblock an der Palaststraße in Berlin-Schöneberg am Ort des früheren Berliner Sportpalastes. Puppenallee, die ehemalige Bezeichnung für die Siegesallee im Großen Tiergarten. Wegen der hier stehenden Statuen brandenburgisch-preußischer Herrscher und deren berühmter Zeitgenossen. Rosinenbomber, Bezeichnung für die Flugzeuge der Berliner Luftbrücke. Rostkreuz, der marode S-Bahnhof Ostkreuz. Rost- und Silberlaube, zwei Gebäudeteile des Hauptgebäudes der Freien Universität. Sacko und Jacketti, Marx-Engels-Denkmal in Mitte in Anlehnung an Sacko und Vanzetti. Schlange, die Autobahnüberbauung Schlangenbader Straße. Schwangere Auster, die Kongresshalle im Tiergarten, die vom Haus der Kulturen der Welt genutzt wird. Sechserbrücke, die Tegeler Hafenbrücke, für deren Benutzung früher fünf Pfennige bezahlt werden mussten. Das Fünfpfennigstück wird üblicherweise als Sechser bezeichnet. Seelenbohrer, Turm der Kaiser Friedrich Gedächtniskirche im Hansa Viertel, wegen der Form des Treppenhauses. Spinnerbrücke, der Motorradtreffpunkt an der Avus-Anschlussstelle 3, Spanische Allee in Nicolassee. Stabi, gilt für die beiden Gebäude der Deutschen Staatsbibliothek, sowohl an der Straße unter den Linden als auch in der Potsdamer Straße. Suppenschüssel, die Granitschale im Lustgarten. Tele Spargel, der Berliner Fernsehturm zwischen Marx-Engels-Forum und Alexanderplatz. Dieser Spitzname sollte von offizieller Seite der DDR eingeführt werden. Dies misslang und er wird im Berliner Sprachgebrauch nicht genutzt. Tränenpalast, das Abfertigungsgebäude des ehemaligen Grenzübergangs Friedrichstraße. Waschmaschine oder Elefantenwaschmaschine, das Kanzleramt in Anspielung auf die kubische Gebäudeform mit den großen Lichtöffnungen und Fensterfronten. Wasserklops geläufiger Name des Weltkugelbrunnens am Breitscheidplatz. Zirkus Karajani, frühere Bezeichnung für die Berliner Philharmonie am Tiergarten nach Herbert von Karajan, dem ehemaligen Chefdirigenten der Berliner Philharmonika. Daneben existieren zahlreiche Kurznamen für Straßen, Gegenden, Plätze und Einrichtungen, von denen hier einige exemplarisch aufgeführt sind. Alex Alexanderplatz, Hörley, Görlitzer Bahnhof sowie für den Görlitzer Park. Hohenschön Grünkohl, nicht überall verbreitete Bezeichnung für den Bezirk Hohenschönhausen, mit Bezug auf die frühere Nutzung als Ackerbaufläche. JWD, ganz weit draußen, Kurzbezeichnung für die Randgebiete und das Umland Berlins. Kotti, Cottbusser Tor. Kreuz Köln, Reuterkiez in Neukölln-Nord auf grundräumlicher und kultureller Nähe zu Kreuzberg. Kudamm, Kurfürstendamm. Kutschi oder Kutschi, Kurt Schumacherplatz. LSD-Viertel, Szeneviertel mit vielen Kneipen rund um die Lüchener, Schlimmern und Dunker Straße in Prenzlauer Berg. Nolle oder Nolli-Nollendorfplatz. Plumpe, mittlerweile weniger verbreiteter Name für den Ortsteil Gesundbrunnen. Inzwischen synonym für das ehemalige Stadion am Gesundbrunnen. Plätze, die Strafanstalten im Ortsteil Plötzensee bzw. der Plötzensee selbst. Potze, Potsdamer Straße. Prenzelberg, insbesondere bei Nicht- und Neueinwohnern geläufige Kurzform des Ortsteils Prenzlauer Berg, abgeleitet von der Abkürzung Prenzel. Berg, Schweineöde, Schöneweide, Oberschweineöde, Oberschöneweide, Wortspiel durch das Vertauschen von Ui und Ö. Stutti, Stuttgarter Platz. St. Teglitz, Ortsteil Steglitz. T. E-Damm, Tempelhofer Damm. Theo, Theodor Heusplatz. Thermometer-Siedlung, Hochhaus-Siedlung in Lichterfelde Süd mit Straßen, die nach Namensgebern von Temperaturskalen benannt sind. Zum anderen werden bestimmte Stadtgebiete oder wichtige Straßenkreuzungen nach dortigen Kneipen oder Restaurants bezeichnet. Auch wenn diese Restaurationen nicht mehr existieren, überleben ihre Namen. Es werden zum Teil auch Berlin-interne oder sogar offizielle Bezeichnungen daraus, beispielsweise das alte Fährhaus Schiller Glocke, Roseneck in Grunewald, Hubertus in Malzdorf oder Wiesenbaude in Lichterfelde, Berulinika. Im Gegensatz zu den beschriebenen Spitznamen verbirgt sich hinter dieser Bezeichnung eine Literaturkategorie. Berulinika sind Bücher oder Schriften, die sich mit Berlin-typischem Sachverhalten oder der Berliner Geschichte befassen. Diese Kategorisierung findet sich in Antiquariaten oder im gut sortierten Buchfachhandel.